teuer. Und eins der großen Probleme ist halt, du hast ein paar Monate, da hast du kein Licht. Nicht wirklich. Das kann sehr stark auf die Stimmung schlagen und und und. Deswegen. Hier ist halt das Wetter eigentlich immer gut. Und wenn es nicht gut ist, dann ist es trotzdem wunderschön. Wenig Affen schon. Ja eben, sag ich ja. Aber warum bilden die sich bei uns dann nicht zurück? Klingt jetzt echt komisch, aber wenn ich gerade drüber nachdenke, ähm, weil Menschen haben sich ja auch schon ein paar Sachen zurückgebildet, die, weil er sie einfach nicht braucht, nutzt. Behaarung beispielsweise. Ähm. Why? Gleichgewicht. Okay, das ist ein Argument. Gut. Damit hast du mich. Dammit. Ich kann dir deine Frage aber nicht beantworten. Kann, du kannst mir, kannst aber meine beantworten. Hut ab. Hut ab. Mo. Mo. Oh Mann. Wie witzig wäre es, wenn wir irgendwie permanent umfallen würden. Ich habe gestern ein Video gesehen. Ich kann es auf Instagram teilen. Ich musste sehr doll lachen. Stimmt halt auch. Es wäre doch super sinnvoll für den Menschen, wenn er unter Wasser atmen könnte. Ich wünsche, wir könnten fliegen. Okay, jetzt kommt eine ganz crazy Frage. Wenn ihr ein Fabelwesen, Vampir, Fee, Elfe, Drache, was gibt es sonst noch, sein könntet, was würdet ihr gerne sein? Ich denke, Vampir wäre nice. Kommt darauf an. Also es gibt ja so viele verschiedene Arten von Vampiren in der Literatur. Also ich will keine Menschen töten. Nee. Fliegen und Nacht. Das ist das, was ich mag. Noch nie drüber nachgedacht. Das ist mir auch gerade so gekommen, weil ich mir dachte, boah, Vampir ist bestimmt witzig. Fee mit Zauberstab. Ah. Bist du dann die Zahnfee? Ich würde nicht die Zahnfee sein wollen, dann müsste ich mit kleinen Kindern was machen. Hallo. Nee, danke. Ich glaube, ein Müll heute. Drache ist auch cool. Ja. Öffchen, was meinst du? Fliegeräten ist auf die Nase. Und aus so viel Blättern wurde so wenig. Dobby, der Hauself. Also ich habe die Bücher gelesen. Die Entwicklung von Dobby ist schon sehr interessant. Ein Olifant? Chimera? Was ist denn das? Also ihr kommt mit interessanten Sachen. Was gibt's denn noch? Werwolf? Was macht denn ein Werwolf? Nicht böse abonniere. So, ja. So, ja. So. So, ja. Rupertinger, mit was kommt ihr denn hier? Mischwesen aus Fernmensch. Ah, das kenne ich aber unter einem anderen Begriff, der mir gerade nicht einfällt. So sieht es gerade aus. Ich denke, das ist ganz gut. Ich lasse es mal so. Ja. Mehr weiß ich jetzt auch nicht, was ich sagen wollte. Ich habe bloß gerade über Fabelwesen nachgedacht, weil mir nicht mal... Mir fehlen irgendwie ein paar. Ich koche unterschiedliche Sachen. Fünf Stück oder sechs Stück sogar. Deswegen schreibe ich das nicht in den Titel. Weil es wäre ein bisschen sehr viel. Jemand hat bei der Feedbackseite gesagt, warum ich denn nicht gleich in den Titel schreibe, was ich mache. Weil da müsste man halt nicht immer permanent fragen. Also wir werden die vom Bildgruppen fragen, warum? Wie auch? Wie schön. Wie schön.